Hi Kumpel Und das dauert wahrscheinlich dann erstmal so ein bisschen Und DAS sind wahrscheinlich dann die Anfangs weg Vermute ich Haben die Double Kill gemacht? Ich glaube man muss auf die Pickel am Rücken schießen Oh, ich hab die mit drei seiner Raketen eingedrückt Weil es fort weg Na ich bin die ganze Zeit jetzt nicht gestorben So ne Scheiß aber auch Genau dann schick er auch, oder? Ich bin die ganze Zeit Nur noch ein weiterer Feind Letzter Fall Also wie ich große Schaden mache ich nicht Das muss ich ganz klar so sagen Ich hätte kein dieses super geile Gewehr Aber was so ähm So du es gegen so einen Laser schießt So Kennt ihr das? Ähm das ist es auf jeden Fall Geben sie sich zurück in die Exfiltrationszone Warum schießt der DAS für eine Rakete? Das ist ein Vollidiot Das ist ein Vollidiot Hier dafür können wir noch verwenden So muss das Okay Boom Headshot Okay Noch weit Und wir dürfen befassen die in der Nähe in der die Wettbewerbung das war das Zeitalter wieder näher die Aufwärter hieblich mehr oder so Keine Ahnung. Ich werde überhaupt das erkannt haben. Das ist ein dummen Top. Okay, nice, nice sniper. Oh, ich hasse es, wenn die besessen werden. Verdammt, ich konnte nichts davon abhalten. Aua, nein. Ich will nicht aufs Maul kriegen. Halt durch. Halt durch. Alles klar. Ich schuld ihn. Bin wir noch zu dritt oder was? Oh, ne, das ist der andere. Ich bin grad echt dumm zum schießen. Ich bin grad echt dumm zum schießen, naja. Ja, dann laden wir mich nicht töten. Das ist doch Kack drin. Hi, Kumpel. Hi, Kumpel. Oh. 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 Huh. Oh. nicht mehr so viele. Oh, ich brauche den. Vielleicht nur noch einer. Jawoll, richtig nice der Typ. Richtig nice. Okay. Da hätte ich mal eine Rakete einspielen. Okay, ich mache mit meinem Ganader einfach gar keinen Schaden. Ich brauche den Boten. Okay, hurra. Alles klar. Ich brauche den Boten. Ich brauche den Boten. Alter, wie wir da zerstochen wurden. Komm schon, hau darauf rein, hau darauf. Okay, das war die Runde, glaube ich. Der kriegt halt nie im Leben geschissen. Der wieder da voll zerballert. Ja, jetzt kommt die noch da. Ja, das war klar. Hättet ihr noch einen Raketenwerfer, hätten wir das vielleicht noch hingekriegt, aber... Scheiße, ey! Nur wegen hässlichen fetten Viechern. Und die Herausforderung war ja eh nur Gold und nicht Gold. Okay, das war eine recht kurze Folge deshalb. Da ist eine Bewertung da. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge oder bei den anderen Projekten. Bis dahin, ciao Leute! Okay. 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 Okay.